So ihr Keks, es geht weiter mit Gartitzvon, heute wird es unglaublich sexy, denn die Buam ziehen für euch blank. Und ach ja, es passiert auch noch einiges an langweiligem Shit wie eine Fahrradtour im Freien. Aber was weiß ich schon, ich bin nur die Stimme aus dem Off. Aber jetzt ab ins Gameplay, ihr Kekleons, let's go! Ich will wissen, was da das Original dazu war. Ja. Weil da war bestimmt mal... So langweilig kann, dass ich es nicht angefangen habe. Ja genau, da war mal bestimmt ein Witz dabei. So, schauen wir mal nach. Oh mein Gott. Ah ja. Ein Hecht aus der Iser. Ja. Ja. Der hat das noch wirklich so langweilig angefangen. Tastig. Naja, okay, fast. Okay, Katitzitz, aber ist gleich. Ja, das war der Satz, wo ich vorher dabei gehabt habe, wo er eigentlich mit Charlie spazieren müsste. Ah so. Ah, der rote Strich. Ja gut, das wurde dann durchgezogen. Tut mir leid, was ich geschrieben habe, obwohl ich es nicht mehr weiß, aber ich weiß, es war schrecklich. Okay. Also ich will schon mal. Das geht ja noch, aber was jetzt kommt, das ist eine Frechheit, Andrew. Weil ich weiß, ich weiß, ich weiß, ich weiß, ich weiß, was das rote sein soll. Ja. Das ist der Defeat Screen. Ach so. Ah. Ah, 069, das ist gut. In echt. Ja, schöne Eskalation. Juli hat das so rumschreiben müssen. Andrew stirbt vorm PC. Und das war irgendwie irgendwas mega perverses. Das war nix perverses. Doch, stimmt sicher. Ja, Alter. Warte, was? Gehasst. Ach so. So zeichnet man Fetten. Ich will nicht wissen, wo du rauskommst. Ich will das Bild dazusehen. Was? Ich hab das dann ganz unschuldig gemacht. Ja, okay, die Julia, die weiß nicht, wie ein Penus aussieht. Leid, willst du nicht das ganz sein? Was? Wie das angefangen hat. Ich wollte nicht mehr so eingefallen. Und kommst du auf sowas perverses, du Schweine. Ja, mei. Ah. Die sind solche Penner. Ehrlich. Ist das auch wirklich auch du gewesen? Das hat er mit der Absicht falsch gemacht. Nein. Also Mundi müssen wir mit Lies den Kehlkopf zeichnen, bitte. Ja. Und die Brustdruck. Okay. Neues Held. Das ist aber geil. Das ist nur für neue Hand. Neues Hand. Neue Hand. Das ist wirklich so wichtig. Und das ist nur für heute. Und das ist auch für heute.